Hallo liebe Leute, hier ist der Dietmar. Ich möchte euch jetzt mal einen kleinen Eindruck verschaffen, wie der Salat aussieht, den ich in Hydroponik auf dem Balkon gezüchtet und soeben geerntet habe. Die Blätter da drauf sind übrigens Basilikum. Und da gibt es noch einen zweiten Teller voll. So sieht das Ganze dann aus, frisch geerntet, vor ein paar Minuten, direkt vor der Tür, frischer geht es nicht. Ich kann euch zwar hier nicht irgendwelche Geschmacks- oder Geruchserlebnisse vermitteln, aber ihr dürft ihn anschauen.